Ein Ford Ranger steht hier zum Verkauf. Der blaufarbene SUV ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat, Sitzheizung und vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine satte Leistung von 200 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 33.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Erstmal Bis zum nächsten Mal.